Hallo und herzlich willkommen, ich bin Günther LP und das hier ist ein Let's Play to Minecraft. Und ich hab vergessen natürlich die Musik zu starten. Ah, ich bin natürlich auch ein totaler Idiot. Und ja, ich hab vielleicht einen neuen Skin, das hat man vielleicht auch gerade gesehen. Ich mach mich jetzt wortwörtlich hier zum Affenmensch. Und der war jetzt zwar so schlecht, dass ich dafür gar keinen Ausdruck finde, wie schlecht er war. Naja, ich mach mal hier gerade 2-Winniers auch noch weg. Das Overlay, das stört mich ein bisschen. Und was mir aufgefallen ist, als ich hier ein bisschen mal nicht umgeschaut habe noch... Super, hier ist es so aus und hier sieht es anders aus. Und ich hab mir erst mal in die Faust gebissen und dann noch meinen Arsch angeschissen. Ne, nicht so ganz, aber naja, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich hab da dann ziemlich abgeraged. Ja, und um das hier zu beheben, muss ich wohl leider... Moment, ich mach mal hier gerade hier, ja, easy. Muss ich wohl leider das halbe Dach abreißen. Das mach ich so, indem ich hier die unterste Schicht abreiße und auf der anderen Seite muss ich das dann alles eintiefer ziehen. Hier, also sie wirken ein weiter runter und da auch und das Dach hier so, die ganzen Schläge ein weiter runterziehen. Und dazu hab ich eigentlich nicht allzu viel Lust, aber naja. Manchmal muss ein Mann tun, was ein Mann tun muss. Und ich hab mir gerade so ein bisschen Actionmusik angelegt, weil ich hier so ein bisschen Action machen will. Ich hab die Playlist ziemlich neu sortiert ein bisschen. Ich hatte ja vorher bloß... Äh, was hatte ich denn vorher bloß? Vorher hatte ich ja bloß Höhlenplaylists und Bauplaylists. Und mittlerweile hab ich, da kann ich mal nachgucken, hab ich Action und Höhlenplaylists und mysteriös und, äh, was Ruhiges oder was Trauriges. Und wir machen jetzt mal einfach ein bisschen was Ruhiges an, weil ich doch grad nicht ganz so auf Action bin. So. Wupp. Bauen wir mal ein paar Blöcke ab. Ohlalä, sind da viele Monster. Ich hab das Gefühl, dass es hier auch noch sehr, eh, ja, sehr bright ist. Viel, viel dunkler, viel, viel besser. Also, ne, man soll ja auch noch so ein bisschen den Gruselfaktor innehaben. Sonst wär's ja alles total langweilig. Sonst könnten wir auch auf Peaceful spielen und, keine Ahnung, und, ja. Dass die Axte brauchen ist, das hat mich voll aus dem Konzept rausgebracht. So, grad ne neue bauen. Wir haben auch nur noch ein Eisen, oder? Haben wir hier noch was drin? Ne, hier noch was drin? Ne, haben wir hier noch was drin? Nope. Okay, das heißt, wir müssen bald mal wieder eine Höhlen-Tour machen. Das müssen wir wohl. Leider. Wir werden dazu gezwungen. Weil wir ja solche Suchtis sind. Oh. Ach, verdammt. Ich glaub, diese beruhigende Musik, die chillt mich so sehr runter, dass ich schon gar nicht mehr den Schmerz spüre. Au, hey, ich hab doch gesneakt. Moment, das muss ab. So. Jetzt müsste ich sie auf die richtige Höhe gestutzt haben. Wie ich auch bald meine Haare stutzen werde. Das, äh, ja. Aber das interessiert euch ja sowieso nicht. Ne? Auch wenn mittlerweile Leute ja auch so aus meinem privaten Umfeld meine Let's Plays schauen, was ich, äh, ja, gelinde gesagt sehr lustig finde. Naja, aber das, äh, will ich jetzt nicht allzu sehr ausschreifen, weil das ist ja für die, die das, die da nicht dafür betroffen sind, wahrscheinlich ein wenig langweilig. Wir sind so langweilig wie deine Let's Plays. Man, ich muss halt gucken, wenn ich hier das Dach in baue, wie viel Platz habe ich hier dann? Äh, das hier muss noch weg. Ich weiß, es scheint zwar Licht von oben durch, aber ich kann doch einfach sagen, das ist ein Stilmittel. Wenn einfach irgendwas scheiße aussieht oder so, sagt man einfach, das ist ein Stilmittel. Das hilft auch, keine Ahnung. Bei, bei Klausuren oder bei, wenn man ein Bild gemalt hat oder sowas. Oder eben halt auch, wenn man ein Video gemacht hat. Also wenn ich sage, ne, ich spaßte hier total die ganze Zeit ab und bin total scheiße in meinen Videos, dann sage ich einfach, dann ist das ein stilistisches Mittel. Das ist so die, die Allround-Lösung, also die Lösung, die man überall benutzen kann. Außer die Lösung im Chemie. Aber ich rede hier auch zu viel von Schule, ne, hier Klausuren und Chemie und Hubsasai und Hubsasai. Das ist ja alles total uninteressant und das zieht mich so ein bisschen runter, weil, ne, an Schule denkt man gleich wieder an, äh, und, äh, und, äh. Und all so ein Quatsch und, äh, das, äh, nee. Ist nicht auch so gut hier, ne? So, da noch ein bisschen was, da noch ein bisschen was. So. Äh, wir brauchen auch noch Half-Steps hier oben, nicht, wie hier das Dach kompletzieren können. So, äh, wie kommen wir denn hier wieder raus? Ist mal so eine gute Frage. Denn hier können wir noch abmachen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier raus. Bopp! Unter Schmerzensschreien sind wir runtergegangen. Ähm, ähm, ähm. Ja, zweiter Stimmbruch, sag ich dazu nur. Ähm, genau, Leitern brauche ich. Moment, hatte ich da noch Leitern drin? Juhu! Zwei Stück. Großartige Ausbeute. So, fünf Stück, das sollte reichen eigentlich. Eins, zwei, drei, vier... Ja, fünf. Sag, fertig. Bemädigt mich das ein bisschen... Ah, Gott, wie heißt dieses geile Lied. Ah, wo die sich so als Affen verkleiden und dann so in der Stadt rumrennen und allen möglichen Scheiß bauen. Ah, Gott, da gibt es so ein cooles Lied zu. Aber ich weiß leider nicht, wie es heißt. Also, das Musikvideo sieht so aus, ne? Ich weiß aber nicht mehr, wie das sieht, geht und wie es heißt. Naja. Das Visuelle ist eben halt auch wichtig, ne? Äh, was mache ich denn jetzt hier? Wieso mache ich denn Sticks? So. Oh, Half Steps. Die fetten Half Steps, die können wir jetzt mal hier oben draufsetzen und dann... ...haben wir unser... ...Dach. Haben wir endlich ein Dach über dem Kopf? Ist ja auch mal schön. Sind wir schlussendlich doch nicht mehr so arm? Au! Nun, wir sind wahrscheinlich arm an... ...an Momenten, wo wir keinen Schmerz empfinden. Weil wir uns ständig auf die Fresse legen. So, da noch eine Fackel hin und da noch eine Fackel hin, dann sieht das auch nicht allzu extrem aus. Ich weiß, man sieht das hier noch so ein bisschen, dass das hier so komisch hell ist und so, aber... ...naja... ...was ist denn das eigentlich gerade für komische Musik? Ähm... ...ich glaube, ich schalte mal weiter. Moment, ich, äh, werd hier gerade noch bei Skype angeschrieben. Äh, 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 äh. Okay, dann, äh, Skype! Nicht Skype, sondern Playlist! Ah! Was entspannendes... ...für die entspannenden Momente im Leben. Für die... ...halb 10 in Deutschland Momente. Für die Momente, wo man die Seele bauen lässt. Boah, richtig geil, das muss ich auch erzählen. Äh, äh, vor der Aufnahme hier war ich draußen auf der Terrasse. Und ich sag euch, boah, die Sonne hat so geil geschienen. Echt, und das hab ich erstmal richtig ausgenutzt, weil mittlerweile... ...ähm, beziehungsweise, es ist immer noch, ja, relativ kalt, auch wenn wir es schon Ende April haben. Aber naja... ...heute war es mal richtig geil warm. Da hab ich mich erstmal in die Sonne gelegt und schöne Zeitschrift gelesen und dann... ...wurde ich mir ins Fäustchen gelacht. Nein, natürlich nicht. Ich lach mir niemals ins Fäustchen. Ich würde mir gar nicht in den Sinn kommen. Das wäre... ...total gemein gegenüber Leuten, die sich nicht ins Fäustchen lachen können. Weil ich zum Beispiel gar kein Fäustchen mehr haben. Höh! Auch wenn das dann ein wenig, äh... Naja. Ich möchte jetzt nicht behindert sagen, weil das irgendwie... ...sehr, sehr rassistisch wäre. Oh! Apple! Apple! Oh, noch ein Apple. Super! Noch mehr Apple. Da kriegen wir gleich auch noch ein iPod zusammen. Ah, scheiße, warum komm ich nicht dran? Egal. Das Holz müsste erstmal so reichen. Und den Rest vom Baum... Ja, ob ich mich da jetzt hochbauen soll, dann alles abbauen soll. Ich glaube, ich mach das einfach so, dass ich den abfackel dann nachher. Dann brennt hier wahrscheinlich das ganze Holz hier, aber naja... So ein kleiner Waldband hat auch niemandem geschadet. Außer mal so ein paar Leuten. Aber auch nur ein paar in Australien und Südamerika und... Ach, wie die äquatorialnahen Länder alle heißen. Obwohl... Äh, hier Australien ja nicht wirklich nah am Äquator ist. Egal. Sehr warm da, ne? Mit Äquatorial, beziehungsweise Äquator nachher bin ich eher sowas wie... Warm da, ey. Da hinten ist warm. So. Wie es jetzt auch warm ist... Mein Arsch. Naja, weil mir die Sonne aus dem Arsch scheint. Ne, weil ich ultimativ heiß bin. Ich bin der ja voll der, voll der Player. Der Let's Player. Also heute sind die schlechten Witze mal wieder... Zahlreich. Und mit zahlreich meine ich jede drei Sekunden. Wenn nicht öfters. Boah, kann man eigentlich jede drei Sekunden einen Spruch bringen? Boah. Höchstens vielleicht mit Double Time. Ja, ich bin der Boss, der Boss und kein Double Time und so. Bin voll, voll die Double Time Pro. Ja, äh, ist alles klar. Das ist ja unser lieber Kollege. Es gibt ja hier auf YouTube mittlerweile so eine große Welle... Ja, ich nenne sie gerne die Julians-Block-Welle, weil Julians-Doc die irgendwie angefangen hat. Voll die neue deutsche Welle. Nein, auf jeden Fall... Ja, die ganze Rap-Analyse... Und... Und... Ach, ich weiß nicht... Da gibt's ja noch viel, 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 viel mehr Sachen, die wir mit zusammen... Ich hab auch schon so was gesehen, wie Let's Player Analysen oder... Ach, keine Ahnung, Urin-Analysen... Das macht man aber nur im Krankenhaus, ne? Aber... So all so ein Stuff eben halt mit Analysen und so... Und ich... Ja... Ich find's zwar ganz lustig, aber ich find's schon eine deutliche Nachmache von Julians-Block. Ja, wer den nicht kennt, ist... Der gehört nicht auf YouTube. Der, äh... Gehört... Verbannt. Verbannt wieder in den Schrank von... Von... Von Askaban. Wobei den Askaban, glaub ich, gar keine Schränke haben. Aber egal. Daraus lasst ich mich nicht aus der Fassung bringen, ja? Alles klar? Ja? Haben wir's verstanden? Alles klar. Okay. Ja. So. Was ich mir auch mal überlegt habe... Und, äh... Das ist wirklich... So ein Masterbrain-Plan, dass ich mal zusammen ein bisschen mit meinen Abonnenten zocken will. Soll heißen, ich mach da so einen Server und dann zock ich mal ein bisschen mit Abonnenten. Abonnenten. Nein, mit Abonnenten. So. Das hab ich mir gut vorgestellt, aber ich weiß nicht, ob das so von... Ja, ob ich da genug... Relevanz rauskriege, weil ich hab ja jetzt nicht so die größte Community mit... Ich weiß gar nicht, über 90 Abonnenten. It's over 9000! Und wir machen mal ganz Musikwechsel, weil das hier mehr... Ah. Wir brauchen ja was für die entspannenden Momente des Lebens. Wie eingangs ja auch schon erwähnt. So, kann man eigentlich unterschiedliche Holzarten craften, zusammen craften? In der Tat. Das ist Menschen möglich. Also, ne, Minecraft-Männchen möglich. So, hier oben kommt ein kleiner Lagerraum. Wer hat's vermutet von euch? Und bestimmt keiner, weil da auch noch gar keine Kisten stehen und so weiter und so fort. So, alles. Alles voll, Junge, alles voll. Ne, alle drei damit. So, ne, das Brot, das brauche ich noch. Ist überlebenswichtig im Warten des Wortes. Obwohl, ja, bei Minecraft nicht unbedingt, aber... Im sogenannten Real Life schon. Eine Minecraft, zumindestens auf der Stufe, auf der ich spiele. Ich darf es dir mal kurz jetzt zeigen. Easy. Da kann man ja nicht sterben, wenn man keine Nahrung mehr hat. Und das ist, äh... Auf der einen Seite ganz cool. Vielleicht am Anfang so die ersten paar Tage. Aber ansonsten ist das eigentlich eher... Äh, ja, stupid. Ja, stupide, um es mal hier einzudeutschen. So. Ich könnte jetzt wieder den Witz mit dem Feldbestellen machen, aber... Naja, den... Den verkneife ich mir mal. Ähnlich wie ich mir gerade... Ach, boah, was kann man nicht denn noch verkneifen? Keine Ahnung. Man kann sich aber was abkneifen, zum Beispiel mit meinen Armen. Und der schlägt dann gleich an, dann kann ich ihn mitzocken. Und dann bleibe ich 30 Minuten lang auf einer Stelle stehen und quatsche euch einfach nur die Ohren voll. Ah, nicht voll, jung, ah, nicht voll. Alter, das hat's gemacht mit Weizen. Oh, yeah. Das finde ich echt wunderbar. So. Ein paar Brötchen für den leckeren Snack zwischendurch. Oh, Brötchen. Haha. Wobei ich Brötchen an sich nicht so lecker finde. Also jetzt ohne Aufstrich, ohne Schinken, ohne Wurst. Schinken. Ohne, ach, keine Ahnung, Nutella. Äh, ich meine natürlich Nuss-Nougat-Creme. Nutella ist ja ein Markenprodukt, welches nicht genannt werden darf. Das Markenprodukt, dessen Name nicht genannt werden darf. So. Äh, okay, ich werde jetzt mal langsam mich zur Höhentour begeben, weil, wie gesagt, nur ein Eisen und so. Und ein Eisen ist sehr wenig und wir brauchen ja ein bisschen was, ne? Für unsere schönen kleinen Werkzeuge. So, was hier war auch noch Brauche. Sie sind ein paar Zäune. Bup. Das ist ja zauntastisch. Oder Fans ist, wie sie im Englischen heißen. Ja. Ich mache jetzt nicht hier auf Fans gegen Fans. Höh, 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 höh. Ah, okay. Die Witze heute sind wirklich total schlecht. Total. Wollt ihr die totale schlechtheit? Ah, ich sehe schon, es wird immer schlechter und schlechter und schlechter und schlechter. So lange, bis ihr wegschaltet. Das ist eigentlich mein eigentlicher Plan, dass ihr irgendwann mal wegschaltet. Also, ne? Husch, husch. Pss. Weg mit euch. So. Hoch, hoch, hoch. Ah. Bis zum nächsten Mal.